Hallo AFOBS, willkommen im Nordwesternstudio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Niklas. Und heute haben wir ein Set von Mojo am Start. Du hast wieder gebaut. Mojo, hab ich gebaut. Mojo haben wir, was Autos betrifft. Das dritte. Zwei haben wir noch hier. Die haben auch, ich meine, bei einem schon ein Video gemacht, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Heute ist der hier am Start. Der kleinste von den Mojo-Produkten, was die Modelle betrifft. 1490 Teile. Sehr schmuckes Set, finde ich. Ja, sieht schick aus. Wir haben, Moment, hier eine Verpackung. Und hier hinten nochmal das Ganze mit ein paar Details. Die Verpackung ist, finde ich, von der Farbe ein bisschen irreführend, oder? Ist heller. Es wirkt heller als grün, was man eigentlich kriegt. Okay, dann bin ich doch froh, dass es so geworden ist. Und nicht so. Ja, nee, das sieht besser aus. Hier steht dann drauf, 1 zu 14. Ich sag mal, okay. Nee, das... Wir akzeptieren lassen. Ja, das kann man akzeptieren. Ab acht Jahre, ja gut, das ist ja immer das Thema, das steht, also das ist dann schon sehr hochgegriffen manchmal. Also ein Technik-Set, es gibt bestimmte draußen, die ein oder anderen, die das hinkriegt. Wahrscheinlich, ja. Bestimmt. Ich krieg's ja heute kaum hin. Gut. Ich kann das so nicht sagen. Ich hab ihn noch nie gebaut. Machen wir weiter mit der Anleitung. Warum lachst du? Weiß ich nicht, so fuchtelst du da so mit der Anleitung. Ja, wenn ich so hektisch bin, stoppe mich. Bremse mich. Also Mojo hat auch Bauabschnittstüten. Schalte das mal so hoch. Also auch wieder sehr entspannt wahrscheinlich beim Bau. Genau. Was die Teile anzahlen. Du musst nicht, 15 Teile, das ist schon, ich sag mal, das können schon ein bisschen so viel dann manchmal. Auch vom Platz her. Ja klar, brauchst du einen großen Teile anzahlen. Gut, bei Technik-Sätzen, bei 15 Teilen natürlich auch viel Pins und was weiß ich was drin. Lift-Arm und sowas. Ja, Kleingram halt. Kleingram. So, Mojo macht das ganz nett. Du siehst immer farblich noch, was schon gebaut ist. Das heißt, es ist nicht nur alles ausgegraut, sondern das wird auch zum Teil noch farblich dargestellt, wo du es dran baust. Hier sieht man sich ganz gut. Ansonsten eine Bauanleitung wie die meisten anderen auch. Ein paar Teile haben wir übrig, hauptsächlich Pins. Ja, mach du nur weiter, nehm. Spiel du ein bisschen, guck du ein bisschen. Ja, ich guck schon mal so ein bisschen so. Ich muss ja gucken, was es kann. Es kann eine Menge. Und dann ist das noch dabei, Leute. Okay. Haben wir halt auch schon öfters. Und bei diesem Modell macht es für mich und mit Sicherheit für dich auch überhaupt keinen Sinn. Nee, also. Ich würde es jetzt nicht aufkleben. Ich finde, er sieht so gut aus. Aber sie sind dabei. Es ist halt auch, wenn du das wirklich aufkleben würdest. Mit dem Carbon aufkleben, okay. Aber grün auf grün und dann auch noch in einem, ja, du kannst den Farbton gar nicht genau treffen. Es würde nicht gut werden. Weißt du? Wenn die grüne. Ja, ich weiß, was du meinst. Dann siehst du, wo der Aufkleber wirklich allein schon wegen der Farbe. Von daher, ein guter Stickerbogen dabei, finde ich, ist in Ordnung. Jetzt mal. Du nimmst einfach das raus, was du haben willst. Genau. Die Anzeige, Instrumente, die Armaturen oder den einen oder anderen Carbon-Look an der einen oder anderen Ecke möchte eine oder andere vielleicht auch drauf machen. Ich habe es mal weggelassen. Ich sage immer, ist nicht schlimm, wenn sie dabei sind. Im schlimmsten Fall kann man sie gebrauchen und wenn nicht, lässt man sie weg. Das sollte man sich als Leitspruch machen. Wenn man es nicht braucht, tut man es weg. So an die Wand hängen. Ja. Das ist ein Motto. Ja, also ich habe ja schon mal ein bisschen geguckt, was er so kann. Er kann eine Menge, ne? Also der ist, der ist, ja, kann er. Also erst mal, er rollt sehr gut. Das finde ich gut. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht vom Tisch rolle. Also es ist, ich sage es mal so knallhart, wie es ist. Es ist nicht so eine, ja, wir hatten da schon das eine oder andere. Technikmodell hier auf dem Tisch, wo du denkst, ui, das ist nicht so 100%. Da könnte das noch besser sein oder das noch besser sein. Das ist eigentlich komplett. Da ist nichts, wo ich jetzt dran mecklen würde. Wir haben eine hervorragend funktionierende Lenkung. Wir können die Türen öffnen. Das können wir jetzt alles mal zeigen. Jetzt zeig mal hier. Also man sieht ja, ich kann auch hier mal ein Lenkrad drehen. Das funktioniert nämlich. Ja. Also ihr seht, ich kann hier oben drehen. Also ihr seht jetzt nicht, wo meine Hände sind, aber ihr seht, es funktioniert. Wenn ich hier oben an was drehe, hier das Lenkrad. Ich versuche es mal so. Also es funktioniert wirklich tadellos. Und ich habe die Armatur abgerissen. Okay, ist wieder dran. So. Türen gehen auf. Ich zeige es gerade mal hier. Also die Türen können wir aufmachen. Die Lenkung hier funktioniert auch, wenn man mit dem Finger schon dahin kommt. Ich finde das hier eine sehr schöne Lösung. Mit diesen, also die Dinge halt. Ich weiß gar nicht. Berichte ich mich, wenn ich es falsch sage. Ich glaube, das sind Kadernwellen. Ich kenne mich mit Technik nicht so gut aus. Die so hier oben zu benutzen, um diesen Winkel dann hinzukriegen, ist schon eine sehr coole Lösung. Wenn du das sagst, du bist der Fachmann, nicht ich. Ich nix. Ich nix der Fachmann. Schöne Schadensitze haben wir. Wir haben hier vorne die Front, finde ich auch sehr gelungen hier mit so einer zusätzlichen Frontlippe. Also es ist schon so ein Supercar. Und es ist ja auch nicht vollständig nur Technik. Also es sind ja hier auch so ein Dach, im Innenraum. So ein paar Schlups, ein paar Fliesen und so. Genauso hier auch im Motorraum. Also eine Motorklappe. Und ich sehe, da sind Zäune drin. Ja, damit keiner was klaut, ist da ein Zauner-Motor. Oder damit keine Viecher reinkommen. Also da ist mal ein großer Motorblock dargestellt, ohne dass da wirklich ein Motorblock dargestellt ist. Wobei die modernen Autos, die haben ja, ich weiß nicht, ob du ein Auto hast, die haben ja schon mittlerweile ist das ja so eine große Abdeckung. Wenn du den Motorhauber aufmachst, siehst du meistens nur noch, nicht wie früher, da hast du den Motor gesehen, jetzt siehst du nur noch so eine Abdeckung. Da siehst du nicht mehr viel, ja. Und das ist hier wohl genauso. Abdeckung ab und dann kommt der Motor zum Vorschein. Aber es ist schön gemacht, also sieht gut aus. Brummt auch, ist schön leise, ist wie E. Ja. Schön verkromte Felgen, finde ich schön. Überhaupt, die Steinqualität ist bei Mojo sehr gut. Wir haben auch, ich habe mit dem Stefan mal, das haben wir hier hinten noch stehen, so ein großes Mojo-Auto hier vorgestellt. Da waren wir auch eigentlich recht begeistert von. Das ist jetzt ein kleinere, aber die Qualität und die Fliesen und das Chrom ist top. Kofferraum hat es auch. Ja, mit hier so zwei Querverstrebungen, also hier solche Domstreben, um einfach das Auto zu versteifen, weißt du? Du hast keine Ahnung, von was ich jetzt geredet habe. Natürlich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber dafür habe ich doch dich. Ja, aber ich habe ja meistens auch keine Ahnung, sagst du so. Also auch der Look hier hinten ist wirklich toll. Das sind wahrscheinlich hier so Flex-Hoses, ne? Was für Hose? Flex-Hoses, so nennt man die. Hier diese biegsamen Teile, die du hier auch überall hast. Diese weichen Gummistangen? Genau. Flex-Hose. Flex-Hose. Ja. Ich sehe zwar keine Hose da drin, aber jetzt okay. Ernsthaft? Ja, so heißen die. Wie wird es geschrieben? Wie Hose, tatsächlich. Ja? Ja. Okay. Aber die sind hier ja überall und ich finde, das ist auch sehr schön. Flex-Hose. Okay. Nein, sehr, sehr gut getroffen. Und jetzt kommt das Beste, du kannst das Ding motorisieren. Ach, das geht auch noch. Ja, aber wo packt man denn den Motor rein? Ins Auto. Ja, ins Auto ist klar. Also, dass ich den nicht daneben lege. Also, ganz einfach. Wenn ihr irgendwann fertig seid mit Bauen, dann könnt ihr es wieder auseinander bauen. Ah, okay, ja. Das heißt, ihr nehmt hier Teile ab, die Sitze raus, dann könnt ihr in der Mitte von unten das lösen. und dann ist einfach nur hier die Batteriebox und der Motor einzusetzen. Ach so, okay. Also, ohne großes Hexenwerk. Ihr habt gerade mal hier drei Seiten, die ihr beachten müsst und habt, nehmt raus und macht wieder rein. Deswegen ist das hier auch ein bisschen, siehst du? Ja, genau. Hier unten. Das ist so ein bisschen locker. Genau. Das kann man dann rausnehmen und machst die Motorisierung rein. Ach so. Und quasi die Batteriebox kommt dann hier an einen Sitzplatz, wenn man so will. Also, man baut einen Sitz aus und dann kommt die Batteriebox da rein. Genau. Also, genau. Beifahrersitz ist die Batteriebox. Ja, das ist doch... Also... Und der Motor sitzt in der Mitte. Heißt also, man kann das Ding auch noch schön motorisieren. Genau. Das ist aber auch hier auf dem Gießchen noch. Ja. Da. Das bräuchte man, dann kann man das Ganze auch nachrüsten. Cool. Aber für den Preis ist das nicht mit drin, weil der Preis ist jetzt schon gut. Oh ja. Wo du beim Preis gerade bist, ne? Bitte. Ich sag mal kurz. Mach mal kurz. Also, das ist der Supersportwagen in grün-schwarz von Moyu. Hat die Setnummer 88302. Kostet bei uns 49,95. Ist 33 cm lang, 17 cm breit und 10 cm hoch. Und du hast gesagt, so bauen ist guter Durchschnitt. Ja, ja. Aber problemlos, weil Anleitung ist gut. Ja. Und Teile. Also, ich kann Moyu nur empfehlen. Also, ich... Er muss sich auch mal was von dir machen. Das erste... Ich hab... Ich glaub, ich hab mal so ein Blümchen gebaut oder sowas von denen. Okay. Ansonsten ist das das erste Fahrzeug. Also, ich find's cool. Also, ich find's cool. Ich find's cool. Schön. Das ist auch ein super Modell. Ich mein, das ist ein Modell, da liegen zweierlei Sticker bei. Du kannst den entweder mit den gelben Stickern versehen, wenn du's möchtest. Oder mit blauen Stickern. Du kannst dem einen ganz anderen Look geben. Okay. Ich mein, das wär das. Aber ich hab leider halt auch nicht mehr jedes Modell... Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Im Kopf. Und das dritte Fahrzeug von Moyu, was es bei uns im Endeffekt ist. Wobei, es wird demnächst... Ich hab schon gesehen, es kommen noch ein paar. Auch in der Größe, glaub ich. Ja. Das ein oder andere Fahrzeug. Also, da freu ich mich auch schon drauf, weil es ist eine tolle Sache. Hier so ein Formelflitzer. Schick. Uff. 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 Da lehn ich mich jetzt mal so weit raus. Ich glaub, wir haben kein Video gemacht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Dazu kann ich euch dazu. So. Sind wir durch? Ich glaub. Also. Es sei denn, du hast irgendwas... Nein. 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 Wir haben gezeigt, dass das Modell wirklich gut aussieht. Ja. Und dass es schöne Funktionen hat. Es ist auch von der Form her sehr gelungen für dich. Äh. Für 49, 95, 1500 Teile. Motorisierbar. Ich denke... Was will man mehr? Was will man mehr? Genau. Ja. Dann war's das für heute. Genau. Aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug... Noppensteine kann man nie genug haben. Demnächst gibt's noch mehr. Viel Spaß beim Bau. Mach's gut. Ich danke dir. Kein Problem. Ist mir auch schon passiert. Aber warum hab ich jetzt eine Wolldecke im Mund gehabt? Weiß ich doch nicht. Teuhh-hersiggered. Danke, danke, danke. Vielen Dank.